Hast du ein Karussell im Kopf? Möchtest du morgens mit klaren Gedanken entspannt in den Tag starten? Lass Kopfkarussell los und auch den Stress hinter dir. Hallo, ich bin Manuela, ich bin ganzheitliche Therapeutin und ich erkläre dir, wie einfach Selbstheilung funktioniert. Hier auf meinem Kanal entdeckst du die Kraft der Natur, um dein Karussell im Kopf sanft zu lösen. Fällt es dir in Klarheit? Erfahre hier, was in deinem Kopf dabei hilft, im Balance zu bleiben und ein vitales, aktives Leben zu genießen. Ja, also bleib unbedingt dran, wenn du wissen möchtest, was ganzheitliches Wohlbefinden wirklich bedeutet und wenn du weißt, dass Körper, Geist und Zelle zusammengehören. Und wenn du natürlich Selbstverantwortung übernehmen möchtest für dich und deine Familie. Hast du gewusst, wie kraftvoll deine Handflächen sind? Und treibe einfach deine Handflächen aneinander, bis du eine schöne Wärme erzeugt hast und dann lege deine Handflächen an eine Körperstelle, die dir Schmerzen bereitet. Zum Beispiel einen Ellenbogen. Ja, du kannst ein paar Minuten deine warmen Hände hier drauflegen und schon hast du deine Selbstheilung aktiviert. Selbstheilung war noch nie so einfach. Ja, ich möchte dir noch ein weiteres Beispiel zeigen und zwar ganz einfach Stressabbau. Wir benutzen wieder unsere Hände. Wir halten die eine Handfläche an die Stirn, die andere Handfläche an den Hinterkopf und so können wir mit dieser Bewegung ganz einfach Stress abbauen. Ja, das kommt aus der Kinesiologie und ist schon tausende von Jahren alt. Selbstheilung war noch nie so einfach. Ja, als nächstes möchte ich dir das Lavendelsäckchen zeigen. Daran zu riechen fördert die Schlafqualität und es hilft, Kopfkarussell abzubauen. Es ist wirklich so kraftvoll und es wächst ja überall jetzt im Sommer. Also, Selbstheilung war noch nie so einfach. Ja, du hast es schon bis hierher geschafft. Dann klicke unbedingt auf den Button unten und sichere dir mein kostenfreies Videotraining. Ja, in diesem Videotraining wirst du erfahren, was ganzheitliches Heilung wirklich bedeutet. Wie man mit einer Gratistechnik einfach Kopfkarussell behandeln kann und was Magenschmerzen mit Löwenzahnblüten zu tun haben. Und wie man schnell und effektiv einen Grippe-Cocktail herstellt. Ja, also wenn du Lust hast, deine Reise zum ganzheitlichen Wohlbefinden anzutreten, dann melde dich unbedingt für mein kostenloses Videotraining an. Darin erfährst du nämlich noch viel mehr Tipps und Tricks. Verpasse nicht die Chance, das Beste aus dir rauszuholen. Klicke jetzt auf den Button unten und sichere dir das kostenlose Videotraining für mehr ganzheitliches Wohlbefinden. Befinden Und dann